Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das ist unser Zuhause. Wir werden kämpfen müssen. Was ist denn los? Steh auf, wir sind Männer! Mädchen! Ich zähle bis zehn. Entweder du kommst aus... Ich färre die Tür hinter mir. Wenn ein Mann hier hochkommt und sie aufbricht, schieß auf ihn. Eins! Je grausamer es ist, desto früher wird es zu Ende sein. Warum kommen sie dann hierher und führen Krieg? Zwei! Ich kann nicht aufhören. Die ganze Armee kommt nach uns. Wir können sie stoppen. Zehn! Nein! Auf dich gewartet. Und ich hab sie gesucht.